Hallo, mein Name ist Eckart von Hirschhausen und das hier ist das St. Hilgert Hospiz in Bochum. Klingt katholisch, ist aber ökumenisch. Ich habe hier drei Tage sein dürfen und bin tief beeindruckt, weil das, was hier passiert, ist für mich die Zukunft der Medizin. Warum? Der Patient steht so sehr im Mittelpunkt, dass er gar nicht Patient heißt, sondern Gast. Das Team versteht sich wirklich als Ermöglicher von der palliativmedizinischen Seite, der Symptomkontrolle von Schmerzen und den Möglichkeiten, gut Luft zu bekommen, bis hin über die professionelle Pflege kompetente Angehörige einzubinden und Musik und alle Künste und Register zu ziehen, um alles zu ermöglichen, dass das Motto erfüllt wird, Leben bis zuletzt. Und was mich auch sehr gefreut hat, hier wird nicht nur geweint, hier wird auch gelacht. Zeit für einen Perspektivwechsel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017